Zweiter Vorlauf, Klasse 2, Serienfahrzeug heraus. Güter Pöhrl kämpft sich auch hier die Führung heraus, vor der 289 Daniel Antolik. Wie gesagt, die Klasse 3, 6, 9 und Einsteiger fahren ihren zweiten Vorlauf morgen. Hier und jetzt ist die Klasse 2 auf der Strecke. Serienfahrzeuge, 1800 Kubikzentimeter, Güter Pöhrl in Führung. Kemal. Nehmann Körb Fünf Runden jetzt noch, in diesen einzelnen Klassen, fünf Runden, müssen diese Autos und Fahrer jetzt weit im Urlaub fahren. Zwei, die fünft, die zehn und dann haben wir jetzt zwei Langstrecken. Auf Platz vier, haben wir die Startnummer 276, Tobias Müller aus Hullendorf. Da hinter die 234, Kai Petsch. 278, Problemen. Torben Tietke stellt sein Auto jetzt hier an Posten 1 ab. Die letzte Runde läuft. Der Führende. Der Führende. Diesen könnte abhören. 45. Entspreche. Drehorti. Gäste. Drehorti. Zieleinlauf, Günther Pöhl, gewiebt diesen Lauf in der Klasse 2 für sich. So, die Startnummer 657. Startnummer 657, bitte für die Langstrecke. Die 657 für die Langstrecke, bitte die... So, die Startnummer 657.